Musik Mein Name ist Katrin Erler. Bei der Firma Spoll bin ich angestellt in der Verantwortung des Verkaufes. Im heutigen Social Event habe ich die Moderation übernommen und in diesem Sinne möchte ich Sie recht herzlich begrüssen zu unserem Internet-Teilnahme des Social Events. Wir hatten die Möglichkeit, verschiedene Referenten für diesen Social Event zum Thema Risikomanagement, IKS im Projektumfeld zu gewinnen. Für uns ist es immer wichtig mit diesem Social Event, dass wir Danke sagen können den bestehenden Kunden. Wir möchten aber auch die Bindung zu unseren Kunden intensivieren. Beim Social Event möchten wir nicht nur die eigenen Referenten vortragen lassen. Nein, für uns ist es wichtig, dass wir die Praxisbeispiele, die Erfolge, die wir in unsere tagtäglichen Arbeit in den Firmen einbringen konnten, auch wiedergeben können und aufzeigen. Am heutigen Abend haben wir Vertreter aus der UBS, was unsere Kunden sind, Swisscom. Wir haben auch einen Geschäftsinhaber von Datensicherheit, die uns mithelfen, das umfassende Thema Risikomanagement, IKS, unter einen Hut zu bringen. Ich wünsche Ihnen im Namen der Firma SPOL viel Spass beim Anhören der entsprechenden Sequenzen, die wir Ihnen hier auf dem Internet zur Verfügung stellen. Vielen Dank für Ihr Interesse gegenüber der SPOL.